Ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr Garnelen oder Schrimps oder so braten, grillen oder dämpfen würdet, schau her, diese Garnelen, die ist durch, die macht eine O. Die ist durch, die ist nicht mehr glasig, da ist sie komplett durchgebraten, ja, durchgekocht. Die hier, die ist glasig. Die hat noch ein Leben, wenn man das aufmacht, wenn es kein O macht, so wie die, dann hast du eine schöne glasige Garnelen, auch am Grill, in der Pfanne, immer siehst du, okay, wenn es nicht ganz eine O macht, dann ist sie noch glasig und dann ist die perfekt gebraten oder gekocht. Gerne kocht, das Beste ganz einfach, die besten Tipps, kocht es noch, lasst es euch schminken.